Ich kann nicht beitreten, weil ich nicht befreundet bin. Oh. Okay, dann... Ich muss mit einem von uns befreundet sein. Also, ein von... von Satyrsfreunden, mein ich jetzt. Also, es können nur Leute rein, mit denen ich befreundet bin, oder? Ich bin mit ihm befreundet. Wurzel. Sind jetzt eigentlich... Wie viele sind jetzt eigentlich drinne? Wer fehlt noch? Ja, die Welt ist schon hier. So, ich guck mal kurz. Fünf Leute sind drinne, also mit mir mitgezählt. Der wird da. Der wird da. Kannst du mir nochmal... Und der war der Kaktus, der hat rausgeflogen. Der ist gerade rausgeflogen. Kannst du Armin nochmal einladen? Wen? Armin. Armin? Ist der auch drinne in der Party? Ja. Ich kenn den ganzen Namen nicht mehr richtig. Wurzel, freund schon. Ich lade nochmal alle ein. Mach nochmal diesen... Hier, äh... Wurzel. Ja, da war der Kaktus schon wieder rausgeflogen. Den such ich mal wieder. Da ist er wieder. Zur Party einladen. Ah, jetzt bin ich drin. Jetzt. Jetzt auch. Er hat auch manchmal so ein bisschen. Ich hab jetzt noch ganz wenig geklappt. Warum hat jemand an meinem Haus ein Schaf eingespärrt? Keine Ahnung, vielleicht hat er gerade... Keine Ahnung, lange Weile gehabt. Ah, ne, war der Kaktus. Ja, das ist komplett drin. Kann irgendeiner in der War der Kaktus einladen, weil da brauche ich ihn nicht gerade so im Party-Menü rumgammeln. Gut. Man bräuchte ja nicht selber rumgammeln die ganze Zeit. Wollte es gerade machen, aber egal. Ach, was ich auch noch sagen wollte, nochmal so an die Abonnenten von mir, weil ich habe jetzt keine PS3 mehr. Ich hab die verkauft. Immer so, weil ich auch diverse Anfragen immer auf Xbox bekomme. Ich hab das scheiß Ding jetzt endlich verkauft gekriegt. Für 200 Euro und noch ein PS Vita Spiel und noch bei meinem Bruder hab ich das verkauft. Verstehen wir es mal so. Jawohl. Meine Xbox hat sich aufgehauen. Ich muss nur eingeladen werden. Pusil, wo bist du? Bei mir kann es jetzt sein, dass es mehr leckt, wegen der jetzt wieder neue dabei sind. Oder wie viele sind das meine Xbox. PS3 ist kein Scheiß. Ja, ich weiß, PS3 mag ich auch nicht, aber ich hab mir das Ding eigentlich nur gekauft, wegen Kingdom Hearts, weil ich das Spiel total geil fand damals. Weil das ist ja auch schon vor 2002 das Spiel. Mensch, Katze, verpiss dich. Pusil, wo bist du? Hallo? Junge, Alter, dieser eine ist voll fremd. Der Tierzinker, der eine ist voll fremd. Ach, Mann, je, Knüter. Nein, ich hab nur zu meiner Katze gesagt, die soll weggehen. Ah ja, was ich jetzt noch sagen will. Wenn irgendjemand irgendeinen beleidigt, fliegt er sofort. Also, wenn er jetzt einen wirklich ernsthaft beleidigt, von wegen du H-Punkt-irgendwas-Sohn oder so, dann wird er sofort geballt. Also so aus Spaß oder so, wenn er anderes auch so versteht, dann ist es natürlich ganz in Ordnung. Aber wenn du jetzt anfängst, du verfickter Punkt-Punkt-Punkt und immer so weiter, dann fliegt man raus. Wie ich nur gesagt habe, jetzt. Da gibt es auch keine Verwarnung mehr. Ich weiß gar nicht, was Pusil ist, der ist so weit weg. So, was er auch noch machen sollte eigentlich. Ich wurde ja nur angeschrieben, ob ich jemanden erwähnen kann, einfach mal so. Dann würde ich das einfach jetzt mal gleich mal machen. So ist ja die Folge von Montag jetzt. Ich glaube, da ist irgendwas mit J, oder? Nein, das war grad D. War das nicht was mit D? Ich bin mir sicher, das war was mit D. Ich guck mal ganz kurz in die Kommentare. Nein, ich meine, J, J, J. Nein, du musst den mit J, genau. Janis, genau. Hallo, Janis. Hallo, ich sollte ja nochmal grüßen. Hallo, Janis. Ich werde komm mal direkt lesen. Ja, ich weiß, weil ich mir jetzt wirklich vorgenommen habe, weil ich das in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, auf jedes einzelne Kommentar zu antworten. Weil ich habe das in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt, weil ich andere Sorgen hatte. Weil ich das jetzt erstmal wieder auch nicht machen. Ja, ich weiß, das soll wohl der Nevada-Kaktus gehackt haben. Aber das, wie ich ja schon gesagt habe, das ist mir jetzt so ein bisschen... Puzzle, warte. Es ist mir jetzt so ein bisschen scheißegal, sagen wir es mal so. Ein bisschen scheißegal soll es schon ein bisschen sein, weil ich habe da keine Lust mehr, richtig. Ich bin nicht mehr drin, ich bin schon mal eingeladen. Warum bist du nicht in die Party gekommen und hast nicht geredet? Du hast dir ruhig viel nachgeschönt. Okay, ich schlade nochmal wieder alle ein. Weil ein paar alle wieder rausgeflogen sind. Gibt es ja eine Kompletteinladung. Sag mal, kriegt ihr aber nicht auch die Einladung, wenn ihr schon im Spiel drin seid, oder? Ja. Achso. Die Welt hat noch nicht geladen. Ja, das dauert immer so ein bisschen. Und meine Katze nervt gerade. Weil gerade so viele auf einmal reinkommen, das dauert immer noch ein bisschen, bis die Map geladen ist. Ja, stört mich nicht. Ah ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach genau. Ich werde jetzt nur noch jeden Tag eine einzige Folge hochladen. Also es wird jetzt erstmal nur noch Minecraft kommen. Also kein Watch Dogs, das ist erstmal total lange pausiert. Wie heißt dein Kanal? Weil ich habe nämlich... Satio Zink LP. Weil ich sehe so wie mein Gamertag halt. Weil ich habe nämlich jetzt vor kurzem die Stromrechnung bekommen für meine Jahre, wo ich in der Ausbildung war jetzt. Weil mein PC, da war ja teilweise 17 Tage hintereinander durchgehend online. Und da habe ich halt jetzt die Quittung bekommen. Ich darf jetzt noch 189 Euro nachzahlen. Und das ist schon nicht wenig, also. Das ist schon eine ordentliche Summe. Vor allen Dingen, ich hatte ja schon 150... Aber immer wenn ich zocke, stört mich meine Katze. Mensch, dann trotz sie weg oder so, oder gib mir was zu essen. Die hat mir letztens erst beim Zocken ins Gesicht gefurzt. Das fand ich nicht so lustig. Deine Katze kann furzen? Ich bin halber flickt, Alter. Jetzt ist mir im Inneren so ein Glas zerbrochen. Das habe ich noch nie gewusst. Und ich wohne hier mit drei Katzen. Oh, jetzt habe ich Angst. Warte, war das bei euch ja nicht auch so scheiße? Waren wir jetzt am Wochenende? Weil ich hatte ja Besuch... Ja, ich hatte mich Besuch gehabt von Vortex noch die ganze Zeit. Wir haben richtig gesuchte teilweise noch manche Spiele. Ey, das war so eine Erfennhitze, ne? Ey, das ist schlimm gewesen. Ich schwebe und da steht die Kiste im Boden. Ich habe schwer eine Schlappe gekriegt. Wiese, wiese ist immer so ruhig. Ja, das ist gut. Hat jemand Essen für mich? Wiese, ich habe begonnen, ihn zu zocken. Warte, die Welt ist wieder. Ich gehe nur, ich kann damit leben. Ich lebe. Bitte, wenn ihr merkt, dass einer gerade redet, bitte nicht dann sofort dazwischen anfangen, ein anderes Gespräch zu suchen und dann immer ein bisschen abwarten. Okay? Also jetzt nicht unbedingt sofort anfangen zu sprechen, wenn gerade ein anderer spricht. Das ist unhöflich. Ja, genau. Okay. Ich bitte, ich mag das nicht so. Immer einen ausreden lassen, danach kann ein anderer reden. Ich stelle dir mal vor, so einen ganzen Raum, wo dann alle durcheinander quatschen. Das ist auch total dämlich. Meine Welt, es leckt bei mir. Toll. Es leckt aber bestimmt nicht so schlimm, oder? Du, ich steht bei mir einfach nur in der Gegend rum. Nein, geht das doch alles noch. Ich laufe mal ein bisschen im Fuß und ich laufe ein bisschen im Kreis, dann lädt die Welt ein bisschen. Ich helfe dir, so zu viel. Nein, du klaust mir nur mein Weizen. Weg von, weg mit dir. Nein. Bist du auf einmal verschwunden. Klaus ich gar nicht. Ey, bei mir sah das gerade so aus, als wäre es auf einmal plötzlich verschwunden. Auf einmal stand es in der Ecke. Meine Katze. Ey. Braucht jemand Schiefer? Ich tue es nicht, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, endlich mal wieder was zu bauen. Ich möchte wieder was bauen. Das ist ja in der letzten Folge total vernachlässigt worden. In der letzten Folge. Da habe ich wirklich nichts gebaut, also wirklich gar nichts. Ich bin gar nicht die Lieblingsnachrichten gekommen. Hm? Also ich habe noch nicht jemanden. Also ich fahre mir jetzt erst mal noch ein bisschen Stein. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich jetzt bauen will, aber ich habe schon so ein paar Vorstellungen, weil ich einmal so eine Unterwasserhöhle gefunden habe, unter der Brücke, die gehört mir. Da habe ich irgendwie vor mir, jetzt so was Großes reinzubauen. Irgendwie so unter Wasser, so ein... Ich weiß auch nicht, irgendwas Fetzes will ich da hinstellen. Na, Unterirdisch natürlich im Bauen. Ja, hat jemand gesammt für mich, weil ich bin der Latte schon, die so sind. Ich habe keine Ahnung, die sind da. Nee, es waren da Pumper. Was ich noch sagen wollte, das Ding, was ich hier unten gebaut habe, das ist meine Schatzkammer, wo mein Silber und Gold drin ist. Und Ratte Flo ist rausgeflogen. Also aus der Party ist... Was hat die alles so gebaut und geschaut? Ist er denn überhaupt noch drinne, also im Spiel? Nee, Ratte ist ertrunken. Okay. Das muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Und habt ihr irgendwas vor, was zu bauen oder so? Irgendwas Lustiges, was Cooles? Ja, ich bin schon noch weiter. Hat jemand ein bisschen Essen für mich? Kursi, ich gebe dir mal meine Sachen, umbringen. Ich gebe dir meine Sachen, die karte aus, bring dich mal um. Ja, okay. Ich soll Armin umbringen, ne? Ey, das hört sich an, ne? Ja, nimm mal kurz meine Sachen, die ich geh mir mal kurz umbringen. Das hört sich an, ne? Macht ihr das so im WeLife auch immer so, oder? Ja, klar. Das wird mich mal so interessieren. Ich nehme immer ein Eisenschwerd, dann bring das in den Kopf rein. Ja, so in der Schule. Ja, so in der Schule immer, ne? Ihr schläft ja immer zu Hause. Wir sind ja in einer Schule, leider. Ich sag das jetzt schade. Ja, in eurer Schule, ne? Ihr schlaft ja immer zu Hause in eurem Bett, dann habt ihr das als Spawnpunkt gesetzt und wenn ihr nach Hause wollt, macht ihr einfach selbst in der Schule, oder was? Ja. Das wäre echt total dämlich. Das wäre wirklich dämlich. Ich schwimme durch die Luft. Theo, Feuerzeug. Und dann machen die Feuer, halt. Theo. Krass. Oh mein Gott. Krieger. Oh Gott. Okay, ich habe die. Ich hatte die beste Vorstellung, dann leg ich nicht mehr. Ist eigentlich Ratte irgendwas wieder in der Party drinne, oder so? Ich habe nur noch gesehen, dass er auch mal rausgeflogen ist. Ne, ist er noch nicht drinne. Ich gucke mal kurz, ob er vielleicht mal irgendwie eine Nachricht geschrieben hat, oder so. Mann, deine Welt wird nicht. Ich laufe einfach mal hinterher. Hat irgendjemand diesen Ratte irgendwas in der FL? Ja, echt? Nee. Kannst du ihn dann einladen, weil er ist rausgeflogen? Ist er Party oder Spiel? Also, in der Party ist er nicht drinne. Ich kann mal kurz gucken, ob er... What the fuck? Da steht auf einmal ein Zombie vor mir. Guckst du denn auf einmal her? Ah Gott, dann... Kannst behalten, du musst mich das eigentlich noch öfters umbringen. Ich muss selber halt das ja. Ich habe ihn eingeladen. Ich brauche mal ein bisschen Essen, aber es stimmt nicht. Aber immer so ein bisschen gucken, wenn du es mal raus... Ja, nimm mal die Sachen, ich hole für dich Essen. Hier, ich lege sie da hinten, nimm sie mal. Aber falls immer einer raus, fiegt immer so ein bisschen darauf achten, ihn dann wieder einzuladen, weil ich... Oh. Ich bin bei irgendjemandem gerade im Keller reingekommen. Tut mir leid, ich wollte mir eigentlich hier gerade so ein unterirdisches Ding bauen. Ich baue schon die ganze Zeit. Ich bin jetzt bei irgendeinem Keller reingekommen. Tut mir leid an dieser Stelle, ich baue den mal fix wieder zu. Okay, dann weiß ich, dass ich in eine andere Richtung bauen muss. Okay, das ist schon mal gut. Man, ich dachte eigentlich, hier unten ist noch keiner gewesen, aber da ist schon der Keller von irgendeinem Typen. Mensch. Alle sind schneller als ich. Ja, alle sind schneller als ich. Ich muss mir jetzt erstmal irgendwie wieder ein Gebiet suchen, wo ich wieder selber bauen kann. Anderman. Ne, warte mal, ich glaube, baue ich jetzt wirklich schon hier um oder gehe ich noch weiter runter? Alter, ich bin gerade am überlegen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin noch ein bisschen weiter zu hoch, wenn hier noch schon der Keller von einem anderen ist, ne? Brauche ich mich gar nicht hier noch irgendwie umbauen. Ich glaube, ich begegne keinem Monster-Ebene-Huft-Stress-Videos. Ah, ich baue jetzt irgendwas. Ich baue jetzt einfach irgendwas. Da sitzt eine Spinne am Haus, die kille ich. Da sitzt ein Creeper am Haus, ne? Also Achterman. Auf dem Balkon oder so ist ein Creeper. Bei so einem Holzhaus. Bei Anderman. Na, Anderman, aber das ist ein Creeper. Ja, du sitzt ein Creeper mit einer Spinne auf dem Balkon. Ich bin mir egal. Komm, ich schnapp sie dir. Und ich werde fast rauskriegen, um die Spinne zu kippen. Ich hoffe, dass wir bei der Xbox One Edition mehr auf dem Balkon da waren. Ach genau, das wollte ich auch noch sagen. Morgen soll ja, glaube ich, die Xbox One Edition rauskommen, ne? Na, weg mit dir. Pfeif dich. Hier, raus mit dir. Krieg ich das Loch zurück, wo du her gekommen bist. Krieg ich das Loch zurück, wo du her gekommen bist. Weg mit dir. Was baust du dich hier runter? Hier ist meine. Hier ist mein Keller. Hier, da oben ist der Weg nach draußen. Sag mal, guck mich mal an. Guck mich mal an. Der hat übrigens den Blick von so einem Schaf. Kann das sein? Der schielt immer total zur Seite, wenn man es so anguckt. Ja, ja, ich habe noch kein Schafkind. Ich habe mich gerade gewundert, ey, was das denn für ein Blick auf einmal. Ich bin... Ich dachte schon mal, na los. Ami, weißt du, bin ich... Na, weg mit dir. Anaman, bau dein eigenes Haus. Geh mir nicht auf den Sack hier unten, weil ich will jetzt Privatbau machen. Bring mich um. Erneut. Schon wieder? Bring du mich um, dass du schneller gekommen bist. Ami, Ami. Ah, ich hab' geladen, ich seh' hier Häuser, ich seh' hier Häuser. Ja, komm mal mit. Da baue ich mein Keller. So weit noch nicht, ich seh' hier nur halbe Häuser. Hier ist ein halbes Schauch. Es sollte diesen Monat auch eigentlich, dass du da noch kommen, neue Updates. Updates geht das auch nicht mehr. Dreh das nicht mal kurz durcheinander. Nicht bitte alle so durcheinander, ich hab' gerade kaum was verstanden. Ich hab' irgendwas zuerst mit Update verstanden und das war's. Ja, diesen Monat sollte eigentlich neue Updates kommen. Oh, ich hab' glaube, ich hab' noch nicht verstanden. Oh, neues Update. Hoffentlich kommt's nicht. Wenn das neue Minecraft kommt, dann kommt's, glaub ich, kein Update mehr. Oder, oder was auch sein kann, wenn das neue Minecraft kommt, dass sie dann... Ist hier Wand? Ist da Wand oder geht's da weiter? Ja, da ist eine Wand, da ist eine Wand. Oh, die geht immer durcheinander, Alter. Ich hab's auf Ende gefunden. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, es kann sein, dass sie das so machen, wenn das Minecraft für Xbox One rauskommt, und dass sie dann auch noch das neue Update rausbringen, damit beide so auf dem selben Niveau ist. Weil das kann auch sein, dass sie das so machen wollen. Ja, das wär geil. Also das wäre wirklich geil, weil dann hast du wenigstens mal eine etwas bessere Version und auf der Xbox One läuft es dann vielleicht gleich von vornherein flüssig. Also ich hab' gesehen, wenn die Demo steht auf der Xbox One, das ist dann halt, dass die Welt jetzt wirklich schon endlich ist. Hab' ich also in YouTube jetzt so gesehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wenn das stimmt würde, wär das richtig geil. Okay, Erata ist wieder rausgeflogen, kann ihn irgendwann wieder einladen. Ähm, wem gehört denn hier das Ende? Weil hier irgendjemand hat's da durchgegraben, glaub ich. Ja, das ist so das Ende, was wir uns aufheben. Also wir können jetzt Enderpellen farmen und sowas, damit wir das machen können. Ja, aber ich weiß nicht. Oder wir lassen's erstmal so. Ja, aber ich weiß nicht. Bei unserem Haus noch ein kleiner Tipp. Wo geht die riesen Treppe runter? Da Tür? Da Tür? Ja? Ich steig erst auf die Wand um, wenn Helo's in Mastercheap Collection dauert. Boah, ich weiß, das Ding werde ich mir auch holen. Vortex geht mir momentan so auf den Sack. Nee, ich soll mir das kaufen, damit wir zu zweit spielen können. Der geht mir so auf den Sack momentan, ne? Aber ich brauche mir auch. Kann ich auch drücken. Bei Multiplayer mit, ähm, der Grafik von Helo 4 kommt die Daten vor. Teil Nightfall. Eigentlich ein recht geiles Spiel, deswegen kaufe ich mir. Ja, es soll auch noch eine Helo-Serie demnächst rauskommen, die heißt dann Nightfall. Ja, das kommt. Wir kommen nicht drauf. Das feiere ich am meisten. Ander, was machst du hier für eine Scheiße? Das ist mein Keller. Alter, hau ab, verschwinde, das ist mein Keller. Bauen den Scheiß wieder ab, das ist meins. Selber da. Wem gehört dafür? Der Anderman baut schon wieder da, wo ich bauen will. Das ist schon wieder unmöglich. Kannst du doch nicht meinen. Das ist einfach unmöglich mit mir. Ja, ich weiß, was... Warum machst du sowas? Das ist mein Keller. Mein Privatgrundstück. Wem gehört dafür? Schau, da ist dein Keller. Das ist genauso, als würdest du auf meinen Rasen kacken. Das ist genauso. Du verletzt meine Privatsphäre. Nee. Das ist nicht toll. Selber da, komm jetzt. Junge, bei mir lebt die Welt nicht. Nervt nicht. Du kommst zu mir. Ich hab sie dabei. Mann, schell mal. Ähm, am Rathaus, am Rathaus. Was ist das für eine Maschine? Ist das hier? Das sollte eine... Ähm... Obsidian. Genau. Ob sie ja eine Farmingmaschine sein. Die glaube ich... Ist die schon fertig? Ich glaub, die ist schon fertig, ne? Ja. Ja. Funktioniert die auch? Oh, okay. Nein. Oder explodiert die, wenn man mal geht. Oh. Explodiert die. Ich hab' noch nicht. Ich hab' noch nicht genug TT. Hast du. Nein. Ich wollte nur nachfragen. Willst du, dass die explodiert werden? Nein. Nein. Los nicht. Ich bin Level 8. Das ist ein wunderschönes Level. Amin. Amin, guck mal. Komm mal hinter dir. Level 40 ist ein schönes Level. Ja, so ein hohe Level bin ich leider nicht. Weil ich ein bisschen was verzaubert habe. Aber das ist eigentlich total sinnlos, wa? Und ich hab' auch ein paar Dinge repariert, die total schade waren. Einfach... Oh, what zum Teufel, was ist das denn gerade?